So ihr Lieben, ich melde mich hier nochmal zurück mit einem schönen Jurassic Park Aufklärungsvideo. Macht mir irgendwie auch sehr viel Spaß und ihr schreibt mir einfach über Instagram ab und zu mal sehr interessante Sachen. Und ich lese mir das wirklich alles durch. Manchmal vergesse ich da auch drauf zu antworten. Aber ihr könnt ja sehen, ich lese eure Nachrichten in der Regel alle. Und zwar kam gestern eine ziemlich putzige Frage auf. Und zwar hat mir jemand von euch geschrieben, Tobi pass mal auf, ich habe mir vorgestern zusammen mit meiner Freundin den Disney-Film Disney's Dinosaurier angeschaut. Und auch da tauchen ja so Tiere auf mit so Krallen unten dran. Und ich habe gesagt, das sind auf jeden Fall Velociraptoren. Und meine Freundin hat gemeint, das kann aber nicht sein, die sehen ja ganz komisch aus. Dann haben wir nachgeschaut bei Google und dann kam eben raus, der Velociraptor, der ist ja gar nicht zwei Meter lang. Oder zwei Meter groß. Der ist ja gar nicht so brachial wie in Jurassic Park. Wie kann das denn sein? Warum ist der Velociraptor in Jurassic Park denn so, wie er eben dargestellt wird? Lustigerweise glaube ich, dass die meisten von euch die wirkliche Antwort dahinter überhaupt nicht kennen, weil es wird sehr oft auch irgendwie was Falsches behauptet. Deswegen quatschen wir jetzt hier mal ganz kurz darüber. Warum ist der Velociraptor in Jurassic Park so unakkurat zu dem, wie er wirklich war? Wir fangen jetzt an. Viel Spaß mit dem Video. Ja, also bei dem Thema, warum ist das hier so unakkurat, das finde ich immer schwierig, wenn wir jetzt von der heutigen Zeit ausgehen, weil wir auch heutzutage wissen oder weil wir sehr stark davon ausgehen, dass die Dinosaurier damals wohl auch wesentlich farbenfroher gewesen sind, dass die wohl auch wesentlich mehr Federn oder auch so Fell hatten. Das war ja eben damals alles gar nicht so. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal zu dem Punkt, als Jurassic Park auch als Buch erschienen wurde. Und das war in den 80ern gewesen. Zu diesem Punkt wusste man eben noch nichts von den Federn, auch noch nichts von dem Fell, das manche von denen hatte. Wenn man also danach geht, waren für die damalige Zeit die Dinosaurier in Jurassic Park bis eben auf den Dilophosaurus. Da habe ich ja auch schon ein Video dazu gemacht. Das habe ich dir mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Das Tier ist nämlich auch wesentlich zu klein in den Filmen dargestellt. Oder aber auch der Velociraptor. Denn der Velociraptor in den Filmen ist nicht wirklich vom Optischen her der Velociraptor, wie er eben damals dargestellt wurde oder wie man sich das Tier damals eben nach den Fossilienfunden vorgestellt hat. Und eine gängige Meinung dazu ist einfach, dass Michael Crichton sich hierbei geirrt hat. Und Michael Crichton hat den Velociraptor genommen, obwohl er eigentlich den Dino-Nichos gemeint hat. Das ist so die offizielle Geschichte, die im Netz rumkursiert. Und das Ganze ist aber nicht so ganz richtig. Denn tatsächlich ja, die offizielle Größe des Dino-Nichos, offiziell zur damaligen Zeit, auch als das Buch geschrieben wurde, ist eigentlich die, die Michael Crichton für den Velociraptor benutzt hatte. Und sowas dürfte eigentlich gar nicht passieren, weil auch beim Schreiben des Buches Jurassic Park oder im Deutschen der Dino Park hat Michael Crichton ja auch Hilfe von dem einen oder anderen Paläontologen gehabt, die eben für die damalige Zeit dafür gesorgt haben, dass bestimmte Dinge akkurat umgesetzt wurden. Also wie konnte das denn jetzt hier passieren? Und der Grund dafür ist relativ simpel. Ist ein Fehler, den ich auch immer wieder mache. Ich benenne immer wieder bestimmte Dinosaurierformen. Und ihr schreibt mir in die Kommentare rein, Tobi, Dinosaurier A und Dinosaurier B sind inzwischen eine und derselbe Dinosaurier. Da hat man eben früher gedacht, dass das zwei verschiedene Varianten wären. Inzwischen geht man aber eben davon aus, nein, das ein und dasselbe Tier. Das ist mir bei irgendeinem Langhals öfter mal passiert. War es beim Brontosaurus, glaube ich. Ihr könnt mir nochmal in die Kommentare unten reinschreiben. Bitte nicht böse sein, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ich glaube, der Brontosaurus war es gewesen, den es so überhaupt nicht gibt. Und da hat man früher aber gedacht, das wäre der Brontosaurus, das hier wäre der andere. Und inzwischen weiß man aber eben, nee, das ist eigentlich ein und dieselbe Art, die eben zusammengehört. Und so ähnlich war es eben auch damals gewesen. Ich werde euch hier unten mal den offiziellen Text einblenden, was denn damals wirklich Sache gewesen ist. Im Endeffekt kann man dazu so viel sagen, dass der Velociraptor und der Dino-Nichus damals nicht stark voneinander getrennt wurden. Raptor bedeutet übersetzt einfach nur so viel wie Raubvogel. Und in den 80ern war es eben gang und gäbe gewesen, dass der Dino-Nichus auch Raptor genannt wurde. Zum Zeitpunkt, als Michael Crichton, also das Buch Dino-Park oder eben Jurassic Park geschrieben hat, wurden Velociraptor und Dino-Nichus noch nicht wirklich voneinander getrennt. Das kam erst kurz nach Veröffentlichung des Buches. Die offizielle Antwort aus dem Buch ist, dass es sich bei den Raubvögeln generell um Velociraptor Antiropus oder ähnlich gehandelt haben soll. Besser eben auch bekannt als Dino-Nichus Antriopus. Eine eben noch größere Raubvogelart. Kurioserweise ist aber auch der Dino-Nichus nicht so groß oder eben so lang gewesen wie die Velociraptoren in den Jurassic Park-Filmen. Oder eben im Buch. Wir gehen jetzt hier noch vom Buch aus, weil das Buch kam ja noch vor dem Film raus. Einige Zeit allerdings, nachdem das Buch erschienen ist, wurde das erste Fossil eines sogenannten Uta-Raptor entdeckt. Und der weist exakt die Merkmale auf zur damaligen Zeit, die Michael Crichton im Buch Jurassic Park oder eben Dino-Park, naja, für die Velociraptoren benutzt hat. Das heißt, im Endeffekt hat Michael Crichton hier den Dino-Nichus beschrieben, weil das eben früher noch nicht wirklich getrennt wurde voneinander. Dann wurde es aber voneinander getrennt. Und aufgrund dessen, dass aber der Velociraptor und der Dino-Nichus quasi den zweiten, äh den gleichen Zweitnamen beinhaltet hat, wurde das Ganze hier nicht mehr wirklich korrigiert. Und kurz darauf wurde dann eben der Uta-Raptor entdeckt. Und der Uta-Raptor ist eigentlich das Tier, das wir jetzt hier, naja, sehen. Das ist auf jeden Fall jetzt die offizielle Antwort zu dem Thema. Wenn du noch weitere Fragen zu Jurassic Park oder Jurassic World hast, schreib es mir gerne mal in die Kommentare unten rein. Ich werde dann gucken, ob ich die beantworten kann. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.